So, heute werfen wir mal einen Blick zu den Protamelas Transanea, die Jugendlichen sozusagen, das ist der Chef im Becken, hat sich links eine Kohle gebaut und Nummer 2 rechts, schöne Ableichkohle, so, da ist er. Mit einem Pistolen, die hat mir ganz stolz davon erzählt. Da müssen die anderen halt mal ein bisschen Platz machen. Und jetzt bitte die Gabott. Aufstellung. Aber der Idiot hat mir viel geschossen. Also der Typ, der ist krank.